Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute fahren wir Züge, wie beispielsweise einen ICE in Minecraft. Mit dabei ist Austin Moritzki. Moitzki! Moin. Wir haben hier ein sehr schönes, professionelles Schienbett vorbereitet. Da werden wir jetzt gleich mit Zügen langracing, müssen auf diesem Spielfeld landen. Je besser wir landen, desto mehr Punkte bekommen wir auf Kohle, Kohledropper, Eisen, Eisendropper, bla bla bla, Smaragd, Smaragddropper. Und draffen wir den Beacon, dann dürfen wir zweimal den Smaragddropper drücken, bekommen dort starke Ausrüstung, wie beispielsweise die Obsidian-Rüstung, Smaragd-Rüstung, besondere Waffen, Totems und vieles mehr. Flankt auf jeden Fall den Like-Button. Let's go. Wir beginnen mit 1 PS, werden uns aber KMH und PS-technisch immer weiter steigern. So, das erste ist ein Handkarren. Das ist so ein Ding. Eigentlich macht man das... Was ist hier los, Alter? Normalerweise macht man das quasi so und treibt das dann damit an. Wir machen natürlich das jetzt hier so los, sind ja schließlich in einem Wettbewerb. So, wir gehen Vollgas, zack, und 10 kmh. Du bist aber schneller beim Lauf. Vielleicht schneller als du. 20 kmh. Oh nein, wer schafft eigentlich, ich hab uns... Okay, langsam ist natürlich gut, denn langsam kannst du sehr gut hitten. Wir machen hier direkt ein Auge. Und doch, das ist schon mehr Smaragd, denke ich, ne? Das ist Smaragd, ja. Wir machen den Drücker und Obsidian-Helm. Wir brauchen halt mindestens zwei Stück, damit wir den Set-Bonus kriegen. Da kriegen wir weniger Knockback und mehr Herzen. 10 mehr Herzen. Das wäre ja sehr krass. Gucken wir mal. Ja, Elina, du bist dran. Ich fahr, hallo! Ich fahr rückwärts! Oh nein, Elina, dann hast du den falsch auf die Bahn gesetzt, du. Ja, Moment, einen Augenblick. Ingenieur Elina ist am Start. Let's go! Weg von den Schienen! Bin weg, bin weg. Mal sehen. Das ist halt der Leichteste, ne? Je schneller die sind, desto schwieriger wird's. Wir schauen genau, wo Elina landet. Nein, nein, richtig verkackt. Hä, war aber Smaragd? War Smaragd? Ja, natürlich. Boah, ich dachte, ich hab so verkackt. Das sah so Dia aus hier von unten. Dia verkackt, Dia ist doch auch gut. Ja, aber Dia ist auch verkackt im ersten Race. Ich drücke! Smaragd! Nein, Chessplay. Oh, wie sie dir hat. Chessplay. Okay, kommen wir zu Zug Nummer zwei. Jetzt sind wir schon bei den schnelleren Kalibern. Das war ja mit ein, das war ja eine Pferdestärke. Das ist ja nix. Jetzt sind wir schon bei 200. Oh, jetzt wird's ein bisschen. Jetzt wird's ein bisschen komplexer, Elina. Jetzt wird's cool. Wir haben eine Dampflokomotive. Firefly. Wir steigen auf. Ui, guck mal, jetzt kann ich hier rumlaufen. So, wir müssen das Inventar öffnen und diese natürlich erstmal mit Wasser befüllen. Ich hoffe, ein Wasser einmal reicht für die kurze Strecke. Ich hab jetzt nämlich nur 1000 Liter. Weiß ich nicht. Jetzt müssen wir das Wasser natürlich zum Dampfen, das heißt zum Kochen bringen. So funktioniert das ja. Das heißt, wir hauen jetzt hier mal die Kohle rein. Und ihr seht hier, die Temperatur steigt auf. Was passiert? Scheiße, ich glaub, der Kessel ist explodiert. Ey, warum, jo? Weil ich zu wenig Wasser drin hatte. Oh Mann, ey. Wir befüllen den Kessel mit Wasser, denn wir arbeiten ja schließlich mit Wasserdampf. Das heißt, wir brauchen auch was, was dampfen kann. Wasser. Das müssen wir jetzt zum Kochen bringen. Elina. So, das füllen wir jetzt mit Kohle. Und jetzt heizt sich die Temperatur hier langsam hoch. Die müsste auf ungefähr 100 Grad Celsius gehen. Dann fängt, ihr seht schon, das ballert schon ganz schön gut raus hier. Dann sollte das Ding hier auch mit Kesseldampf anfangen, okay? Und wenn wir diesen Kesseldampf haben, erhöht sich der Druck. Das ist der zweite Balken, den ihr links seht. Genau, perfekt. Jetzt erhöht sich nämlich der Kesseldruck. Und wenn der auf 68 PSI ist, was die maximale Anzahl ist, in dieser Kessel, die er hergibt, dann haben wir genug Power, um zu attackieren, Elina. Dann legen wir los. Okay, okay. Und er ist auf Maximum. Wir legen los. Okay, 20, 30, 40. Ist schon doppelt so schnell. 50. Ah, das war nur die, ja. Aber 50. Schade, ey. Junge, ey, wie cool diese Nebelwolke. Also Dampf, also. Jo, ich seh sie, lol. Nur die, ja, ey, wir drücken. Chestplate, wichtig. Weil wir können die Chestplate aus den anderen ja eh nicht mehr kriegen. Ey, wenn du hast alle Wassereimer geklaut. Ey, Elina, das braucht ja auch eine Menge Wasser mit der Wasserdampf. Ey, du hast ja gesehen, was passiert, wenn man da zu wenig Wasser reinmacht. Dann explodiert der scheiß Kessel und reißt die halbe Mäppchen mit. Der Dampf ist am Zischen bei Elinas, bis die Temperatur schon erreicht, oder? Jetzt lädt schon der Kessel auf, ne? Ja, lädt schon auf. Ich bin bei 90. Okay. 95. 100 Grad. Gib voll Gas, Elina. Voll Stoff. Let's go. Ja. Smaragd, ja. Aber bieten ist schwer, ne? Ja, sau schwer. Aber, naja, es wird ja immer schwerer. Also, ich denke, der nächste ist ein ICE, glaube ich. Oder der übernächste? Wir müssen gucken. Smaragd, den Jungen Nummer 2. Kein Totem, kein Totem. No, nicht so gut. Was? Nicht so gut? Nee, für mich, für dich ist es schon gut. Ach so. Juhu. Zug weg. Müh. 1000 PS. IC Steuerwagen. Bimpf den Zweck. 296.1 mit 1000 PS. Maximale Geschwindigkeit 200 Kammer. Boah, ist das ein Teil, ey. Alter, das ist ja eine Riesen-Ostie. Der wird gar nicht die Geschwindigkeit erreichen. Alter, ich muss hier nochmal neu weiter hinten setzen, glaube ich. Guck mal, ich kann mich reinsetzen. Hallo. Alter, man kann hier durchlaufen. Ich bin jetzt in der Fahrerkabine. Ich bin auch da, hallo. Hier gibt es auch eine Toilette. Ich bin auf Toilette. Nee, das ist das Schaffnerhäuschen oder so. Hier ist ein Notfallding, was man... Erste Klasse, ne? Das ist hier alles sehr luxuriös, ey. So, wir gehen nochmal kurz raus. Ah, der braucht... Der braucht Biodiesel. Der braucht Diesel, Lina, der Atze. Hier, hier ist was drin. Biodiesel, Hammer. Biodiesel rein, voll geladen. Ach nee, passt 10.000 rein. 2.000, falls 10.000 solltet ihr doch für diese kurze Strecke reichen. Wir gehen auf Vollgas, Leute. Wir haben leider eine sehr kurze Strecke. Ich weiß nicht, ob das hier... Der ICE konnte leider von selbst nicht fahren. Das war nur so ein Wagen. Und der braucht... Ihr kennt das ja wahrscheinlich aus Deutschland. Da sind dann immer so rote Lokomotiven da vorne dran, die das ganze Ding ziehen oder schieben, je nachdem. Und das brauchen wir. Aber den Platz haben wir gar nicht auf der Strecke. Das heißt, wir mussten umfunktionieren. Und haben jetzt diese, die Union Pacific. Auch mit 1.000 PS. Funktioniert im Prinzip... Ich sehe fast nix, Alter. Ah, jetzt so besser. Die funktioniert im Prinzip genauso. Wir machen Biodiesel rein. Wir haben eine Thermalatur von 90 Grad. Let's go. Ich kann das Ding nicht überhitzen, Alter. Ich bin ja sowas von einem Maximum 50. Nein. Das ist aber... Mann, das Ding ist, ich wollte eigentlich durchziehen und gucken, wie schnell... Am Ende des Videos müssen wir unbedingt mal gucken, wie schnell wir mit den Dingern wirklich fahren können. Das ist ja krank. Eisen hatte ich nur, ne? Eisen, ja. Eine Hose, immerhin. Eine Cola-Hose, Leute. Gut, Inja, dann zeig mal, was du drauf hast. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit dem Ding. Die sind sehr schnell. Okay. Oh, da fährt sie gerade. Ab geht die Lutz. Ab geht die Lutz. Ab geht die Lutz. Du bist aber so langsam, hä? Ey, das stimmt doch. Weiß ich auch nicht. Ganz komisch. Das stimmt was nicht, Elina. Das ist illegal. Das Wasser, das Wasser ist irgendwie... Oh! Ja gut, das war aber schon heftig illegal, sage ich, ne? Heftig illegal, sagst du? Ich kontrolliere deinen Zug hier mal. Das ist... Das geht ja nicht mit... Das ist aber Biotik drin. Das geht mit rechten Dingen doch nicht zu, Alter. Nee, eigentlich war es so schnell. Warum ist es in der Solarwaschicht gewesen bei dir? Oh, Schutz 4, Alter. Das ist ja... Das ist ne Scheiße, Schutz 4, Alter. Hm, okay. Das waren 1000 Pärs, ob wir in Berlin irgendwie nur 10 Pärs da gefahren sind. Jetzt sind wir bei 2700, Leute. Aus der Deutschen Bahn, aus der Reihe, Leute. Oh, cool. Hier. Kennt man, ne? Kennt man. Kennt man. Das ist so... Aber das ist, denke ich, kein Person. Das ist Güterzug, denke ich. Güterzug. Oder regional oder so. Nee, das sieht mir ein bisschen nach Güterzug raus. Das sieht sehr nach Güter aus, sorry. Das ist ein Güter, ist ein Güter. Ist ein Guder. So, der braucht auch Biodiesel. 6000 Liter sollten da aber reichen. Hier kann man wirklich so drin rumlaufen, ne? Das ist so cool, Alter. Ich will das auch nicht hier so sehen. Ähm, genau. Jetzt starten wir. Dann steigt die Temperatur. Boom. Wir warten, bis sie auf Maximum ist. Ah, sie kett ein bisschen auf 70, ne? Aber ist okay. Vielleicht funktioniert die Maschine so. Ist kein Problem. Alter, das sieht auch anders heftig aus. Okay. Und wir starten. Let's go. Voll Gas vor. Oh, oh. Sau schnell. Alter, die hat... Nein. Die hatte jetzt schon 80 kmh auf drei Metern. Mau. Weiß nicht, wie schnell diese Dinger sind. Schutz. Aber wenigstens Schutz 1 mitgetakt. Okay. Aber ich hoffe, deine fährt jetzt auch mal schnell, Lina. Das ist hier wieder so ein Bisch. Ja, die geht jetzt richtig ab. Die macht... Oh nein, sie ist falsch rum. Alter, du hast ja wirklich den maximalen Anlauf genommen. Dein eigener Reifenpaar steht dir in der Luft. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob du so anfangen kannst, ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Aber ich bin gerade erst auf 11 Grad. Ja, das steigt erst, wenn du Plus drückst. Dann hätte das erst voll. Ah. Also Plus und dann... Ah, okay. Und jetzt auf 8 und dann hittet es auf 150 Maximum. Warte, 70. Okay. Ach. Es steigt schon da. Oh, alter Junge. Jetzt war es aber gefährlich. Warum fahre ich nicht los? Ja, weil du in der Luft stehst. Habe ich doch gesagt, dass das ein Problem ist. Ich bin gerade noch fertig. Okay, Lina. Let's go. Vielleicht wird es ja dieses... Oh ja. Der sieht mir schnell aus. Der ist sehr schnell. Nein! Oh, die lagst du noch Gold da irgendwie zustande. Oh, ich habe nicht den Boden gesehen. Mann, 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 Mann. Ja, okay. Gönne ich dir wirklich ganz doll nicht. Oh, eine Brustplatte auch nur bekommen. Hast du ja schon. Ha, war sinnlos. He, he. Okay. He. Wenn jetzt noch schneller. 6000 PS. Alter Schwede. Hast du noch mal ein bisschen, äh, Biodiesel? Bisschen Biodiesel, ja. Die sieht aber auch gefährlich aus irgendwie, ne? Da bringen sie mal Biodiesel raus. So zwei Eimerchen. Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, die ganzen, die, die so... Was habe ich denn jetzt in der Hand? Was ist das denn? Ey, die, die so schnell sind, die fahren alle, denke ich, mit Biodiesel. Gott, wo bin ich denn hier? Oh, das sieht aber hier auch alles. Das sieht ja hier aus, ey, Hilfe. So. Äh, 45.000 Niederpassung da rein. Okay, wir packen nur zwei rein. Wow, denke ich nicht. Starten die Maschine. Gehen auf 70 Grad. Ah, warte mal, ich stehe auf der falschen Seite. So jetzt stehe ich auf der richtigen. Und go. Ja, und 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh, das ist nur... Wow, saustark. Wir haben schon 100 geschafft. Wir haben schon 100 geschafft. Dia, dia. Ich brauche Gebapp am paar neue Schuhe. Ah, kack. Ist das was? Ja, es ist ein Helm. Scheiße. Runter von den Gleisen. Ja, ja, ich bin runter. Auf den Gleisen wird nicht gespielt. Wow, schnell. Wumm. Oh, Eisen, Ilya. Wie kann man so scheiße sein? Ey, du hast selber Eisen gewinntet. Jetzt, come on. Ne, Armbrust. Mann, ich habe nicht mal eine Waffe. Ich muss noch mal... Aktuell, ihr wisst ja, wenn man keine Waffe zieht, muss man mit der Holzachs kämpfen. Das ist eine ganz maue Angelegenheit. Doppelpunkt-Around jetzt, Ilya. Ich habe nicht vergessen. Wir sind bei 10.000 PS. Maximalgeschwindigkeit 230 km. Okay, kenne ich nicht. Also, ich weiß nicht, aus welchem Land die ist. Deutschland auf jeden Fall nicht. Wir haben einen Biodiesel-Eimer, der muss reichen. Biodiesel rein. 1.000 Liter. Wir machen die Maschine an. Sie heizt hoch auf 70. Wir starten. Und abfährt. Alter, ist der schnell. Die sind so schnell, einige Kacke, Alter. Nur Gold. Bitte eine Waffe. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe drei Helme gezogen. Was ist das denn, ey? Aber das war doch doppelte Punkte-Round. Ach ja, ich darf noch mal Gold. Wichtig. Waffe. Brustplatte. Auch genauso sind los. Wieso habe ich dir dauernd einen Zug in meiner Sicht, Alter? Du hast mich enttäuscht. Ich habe nur Gold gehittet. Meine Benedina, jetzt irgendwie Diamant oder Smaragd, dann werde ich komplett durchrasiert im Kampf. Alter, ist der schnell. Gold, auch nur Gold, auch nur Gold. Aber immerhin zweimal Gold. Das bringt ja nichts. Du hast schon Schutz 4. Schuhe bringt dir leider was. Scheiße. Ach, du hast keine Hose. Ja, ich habe keine Hose an. Okay, gut. Auf die Plätze. Es gibt ein Leben nur. Auf die Plätze. Fertig. Los. Jo. Jo. Juppie. Pade. Ganz, ganz knapp. Ja. Der war nicht so knapp. War der auch nicht. Okay, letzter Schuss. Nein. Oh, Karamba. Der Mann, 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 der Mann. Hätte ich jetzt noch einen Schuss. In den Zug. In den Zug. Ist da was kaputt gegangen gerade? Ich tanke. Nein. Ja. Vier Herzen noch. Ja. Wie viele Rüstungspunkte haben dir gefehlt? Äh, vier. Höh? Fünf. Fünf. Fünf hat mir gefehlt. Hä? Als ob die Waffe so einen Unterschied macht. Ich hatte sogar bessere Rüstung. Ach nee, du hattest Schutz vier. Ah ja. Waffe man ja nicht vergessen auch. Ah ja, 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 ja. Und diese Rüstungshärte spielt auch eine große Rolle, ne? Das hat das, kann man ja nicht ablesen hier. Naja. Lol. Das war ein ganz knapper Sieg für mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr fandet es spannend. Aber schade, Lina gewinnt ja vielleicht beim nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Ben Son. Ciao. Tschüss.